Ich weiß, was ihr euch gerade denkt. Oh cool, ein weiterer Mike Pisa Adventskalender, Trademark. Aber ich muss euch da leider enttäuschen, denn dieses Jahr mache ich mal etwas anderes. Hiermit präsentiere ich euch den Mike Pisa Adventskranz 2022. Trademark? In diesem Adventskranz habe ich vor, eure Wünsche in Erfüllung zu bringen, statt einfach nur das gleiche Konzept vom letzten Jahr zu recyceln. That's right, Baby. Ich werde Celeste weiter und Mabys zu Ende spielen. Gehen geschehen, Max. Ich werde endlich eins der Adventskalender-Videos, die im letzten Jahr gefehlt haben, hochladen. Doch das ist noch nicht genug. Für die, die trotzdem unbedingt noch ein paar geschnittene Videos haben wollen. I gotcha, Fam. Ich werde vier geschnittene Videos nehmen, den geschnittenen Videos, die ich sowieso hochladen würde. Ja, hochladen, Leute. Außerdem bekommt ihr noch genügend Let's Play-Videos. Damit sollte ich jetzt was für jeden haben und jeden Einzelnen von euch zufriedenstellen können. Ey, wann kann mein Kostak her? Du verordnest. Ich mag Atmos. Ist ja gut, ist ja gut. Ich weiß, es ist unmöglich, jeden Einzelnen von euch zufriedenzustellen. Aber ich denke, die meisten sollten mit diesem Konzept zufrieden sein. Ob ich das mache, weil ich zu faul bin, zwölf geschnittene Videos zu machen? Was? Wie meinst du, das Advent war schon? Warum ich das erste Adventskranz-Video nicht schon letzten Sonntag hochgeladen habe? Äh, ich hab's vergessen? Ja, ja, schon gut, ich verstehe schon. Ey, Finger weg! Ähm, ja. Um es kurz zu halten, die Adventskranz-Videos kommen am 2., 3., 4. und 5. Advent. Also kein Weihnachten verpennen und euch die Videos reinziehen. Falls ihr also zufällig Zeitreisender seid und euch die Videos in der Zukunft irgendwann anschaut, klickt hier irgendwo auf dem Bildschirm auf die Playlist und schaut euch alle Videos hintereinander an. Binge-watcht all meine Videos. Ich weiß, du willst das. Okay, bye!